Lisa hält mich nun im Pfannkuchen auf den Knie fest. Nun zeige ich die Befreiung heraus, die Pfannkuchenrolle. Dafür greife ich ganz weit auf Lisas Rücken und rolle sie über mich rüber. Wichtig, der Partner spielt mit und macht eine Rolle, damit wir uns auf die andere Seite legen. Nun lege ich mich auf die Knie, setze mich auf die Knie und Lisa führt die Pfannkuchenrolle aus. Mit dem Arm ganz weit auf den Rücken und sie rollt mich nach vorne.